Guck, das wäre ein schöner Hof, da ist so ein Pony, gleich Pony, oh, und der geht schon wieder stetschen. Oh, du lebst hier noch, tut mir leid wegen deiner Freunde. Ein einzelner Schwein... Ach, wie gekloppt ist denn das jetzt? Das war ja nun jetzt wirklich mal unnötig. Da rein, nein, da kann man rein. Ugo, kletter da rein und öffne schnell die Tür und sei vorsichtig, ja? Ja! Gut. Hä? Hat er das schon? Ja. Äh, es riecht komisch. Alkohol, von den Destillierapparaten. Da ist jemand! Sehen wir mal nach. Nein, wir könnten... Ausrüstung, Riemen... Ja. Wenn es nicht ausreicht, machen wir weniger Lärm. Bräuchten wir hier noch ein bisschen mehr Alkohol. Zwei Schnur. Gibt's hier bestimmt irgendwo. Das sollte mir die Sache erleichtern. Zurück? Ja. Zurück. Guck mal. Schinken. Boah, jetzt hätte ich auch gerne Schinken. Hätten wir fast heute gekauft. Ich will was sammeln. Ja, vielleicht oben. Guck mal. Wer seid ihr? Magister Laurentius. Bleibt stehen. Er ist ansteckend. Hugo. Hier. Die Inquisition kam. Wir haben alles verloren. Ich konnte nichts tun. Ich... Natürlich. Sie wollten ihn. Ein Übel. Ein altes Übel fließt in den Adern eurer Familie. In ihrem Blut. Eure Mutter und ich versuchten ihm Einhalt zu gebieten. Aber seit dem großen Erwachen wächst es schneller. Du musst ihn beschützen, Amicia. Die Arbeit deiner Mutter fortsetzen. Ich? Aber wie? Meine Eltern haben dafür mit ihrem Leben bezahlt. Lass mich in Ruhe. Sie sind hier. Die Ratten sind gefährlich, aber chaotisch. Die Inquisition. Jedoch... Sie suchen den Jungen ohne Unterlass. Wir müssen verschwinden. Ihr müsst zum Chateau d'Amrasch. Lukas, geh in die Scheune. Du musst das Ignifer vollenden. Spart eure Kräfte. Ich werde mich beweisen. Das mit euren Eltern tut mir leid. Aber ihr seid nicht mehr allein. Wir müssen schnell sein. Helft mir mit dem Ignifer. Es schützt uns vor den Ratten. Hm. Ignifer. Guck. Komm, Ugo. Ich will, dass du mitkommst. Der Arme. Denk jetzt in seinem. Das Zeug ist in der Scheune. Los! Blut. Oh nein. Warte. Guck dich nochmal im Raum an. Sie sind hineingelangt. Ich tinde einen Weg sie abzulenken. Sie schinken jetzt auf Schießen. Oh, die Schinken. Gute Idee. Aber sie fürchten sich vor dem Licht. Die Laternen. Schon in Ordnung. Los! Was? Socken. Hm? Er muss nur die Laterne kaputt schießen, oder? Jetzt gehen sie gar nicht hin. Okay. Stecken, bist du denn im Weg? Oh. Oh. So. So. Nochmal. So. Ach. Tut mir leid. Hm. Keine Sorge. Hm. Immer noch viele. Oh oh. Den anderen auch noch vielleicht? Hm. Ah. Keine Steine. Oh nein. Och. Das kann doch nicht wahr sein. Diese Zeichnung. Was soll das sein? Eine... Vitriol. Die Abkürzung der lateinischen Formel. Visita interio terre riquificando. Ivenius occultum lapidem. Was so viel bedeutet wie, betrachte was im Inneren der Erde liegt. Indem du das dort vorgefundene Leut hast, wirst du einen verborgenen Stein erhalten. Weißt du? Diese Maxime fasst die alchemische... Alchemistische. Alchemistische. Alchemistische Philosophie zusammen, die auf dem Studium der fundamentalen Natur der uns umgehenden Elemente und ihrer Umwandlung beruht. Mit diesen Initialien wird außerdem die Schwefelsäure bezeichnet, mit der die Materie bearbeitet wird. Vitriol, ja? Wirklich hübsch. Aber es ist kein Stein. Wirklich hübsch. Wirklich hübsch. Genau. Hm. Was sollen wir jetzt tun? Hm. Er antwortet nicht. Keine Steine. Na. Scheiße. Da hab ich so kacke geschossen hab. Ich glaube, ich muss den Freitod gehen. Wer lacht denn noch? Warten! Amicia, Amicia. Oh nein. Ich finde einen Weg, sie abzulenken. Diese Zeichnung. Was soll das sein? Das ist auch noch was. Spendern. Oh, die Schinden! Gute Idee! Aber sie fürchten sich vor dem Licht. Die Laterals! Schön in Ordnung. Los! Tut mir leid. Keine Sorge! Das war's! Wir gehen! Nimm meine Hand! Nein! Na schön! Aber bleib in meiner Nähe! Ist bei euch alles in Ordnung? Wir haben eine lange Reise hinter uns. Ja. Das ist eine gute Idee. Hier nochmal. Ja, nix. Also, wenn das mal keine Destillieranlage ist, warum gibt's hier kein Alkohol? Ja, ja. Ja, ja. Wie viel machen? Ratten, Ratten, Meerratten. Oh! Hallo! Oh, nö! Hey, ich stand mit nem Licht! Wow! Ja, das Zeug ist in der Scheune. Sie sind hineingelangt. Ich finde einen Weg, sie abzulehnen. Diese Zeichnung. Was soll das sein? Eine Philosophie. Oh, die Schinken. So. Ach. Tut mir leid. Hm. Keine Sorge. Das war's. Hugon, nimm meine Hand. Nein! Na schön. Aber bleib in meiner Nähe. Ist bei euch alles in Ordnung? Wir haben eine lange Reise hinter uns. Ach, man kann hier einfach raus. Was? Oh, hallo! Keine schöne Nacht, um draußen zu sein, was? Hm. 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 Brennt die denn nicht? Brennt nicht. Oh nein! Da sind sie wieder! Sie sind überall! Wir müssen zur Rückseite der Scheune. Aber wir können nicht ohne das Igne vergehen. Wie sollen wir... Hm. Wien sammeln. Schmurig. Wir brauchen Fleisch. Tod oder lebendig. Oh, oh. Ah, ne Schreckliches. Oh, oh. Abendessen, Schweinchen. Lecker Futter. Oh, oh. 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 Es darf auf keinen Fall entkommen. Ich werde absperren. Wenn's bekommst du Bauchweh. Ja, dann sterben wir ab, Junge. Aber wie kriegen wir? So, den müssen wir raus. So, Junge, dein Schmutzbeherr. So. Da ist eine Leiter auf der Seite. Komm mit, gehen wir. Ugo? Ugo, hört zu. Schmoll ruhig, aber bleib in meiner Nähe. Guck mal, was er jetzt sagt. Kletter hoch. Ah, das Licht. Ja, Ugo, sieh lieber nicht hin. Warum? Nur so. Da, du Bengel. Nein, Amicia, was machst du da? Tut mir leid, Ugo. Hör auf, sie sind. Es lebt doch noch. Wir haben keine Wahl, Ugo. Wir müssen die Ratten loswerden. Das ist furchtbar. Du bist genau wie die anderen. Ugo, es gab keinen anderen Weg. Ich gehe zuerst. Ja, gewiss. Gewiss. Kommt, hier rüber. Kann man nicht mehr sehen. Arme Schweinchen. Ja. Passt auf, wo ihr hintretet. Das hier ist kein gewöhnliches Labor eines Arztes. Mein Meister ist vor allem ein großer Alchemist. Du heißt Amicia, oder? Ich bin Lukas. Ich würde dir gerne etwas zeigen. Aber dazu benötige ich Alkohol und Schwefel. Sie müssen hier irgendwo sein. Sag mir, wenn du sie gefunden hast. Ähm, na schön. Alkohol und Schwefel. Alkohol, Schwefel, das ist alles. Was tust du da? Ich löse die Reagenzien auf. Sieht aus, als hätten sie eine ganze Weile hier verbracht. Das ist, ähm, einfach Alchemie. Lukas, warum bin ich nicht so krank wie Laurentius? Er wurde von einer Ratte gebissen. Du nicht. Und? Wird er sterben? Dieser Ofen. Ich tue, was in meiner Macht steht, um das zu verhindern. So einen nennt man Atenor, glaube ich. Das ist Latein. Hier, Lukas. Gut, jetzt musst du sie vermischen. Langsam. Es ist nicht gefährlich. Na gut. Oh, das kostet ja ganz viel, immer. So, es ist... Oh, oh. Ratten! Oh nein. Nein! Wir sitzen fest. Nein, das Ignefar, Miesja. Es ist Zeit. Ziele auf die Glut in der Mitte des Raums. Geht klar. Wow. Oh, es macht Feuer. War ich das? Habe ich gerade Alchemie gemacht? Ja, die Mischung war perfekt. Scheint so, als hättest du das von deiner Mutter. Weißt du was? Ich zeige dir, wie man andere Geschosse herstellt. Die werden dir nützlich sein. Das wäre toll. Vielen Dank. Ich habe meine Mischungen fertig. Wir sollten zurück zu Laurentius. Amicia, kannst du vorausgehen? Nein. Na gut. Ich kann das auch. Aber wenn du mir sagst, was ich zu tun habe, eine Auflaufform nehmen, die Nachos reinkippen, einen ganzen Beutel Käse drüber. Einfach nur verteilen drüber und dann in den Backhof. Das ist ja noch gut. Das habe ich echt verbraucht. Du zuerst. Das ist ja noch gut. Das sind ganz schön viele. Laurentius. Ich bahne uns einen Weg. Ach, nö. Ich bahne uns einen Weg. Amicia, die Rappen. Die Lichter sind auf. Nein, nein. Meister. Lukas, warte. Die Destillierfotter. Vorsicht. Was da? Du doch was. Wir müssen weg. Jetzt. Meister. Hey. Hey. Wir brauchen dich. Sieh, das Pferd. Wir müssen hier weg. Wir brauchen das Pferd. Sie sind überall. Lukas, ich bin hier. Wohin führt dieser Weg? Lukas, wohin führt er uns? Zu uns zum Fluss. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Wohin jetzt? Wohin? 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 Da, da drüben ist ein Boot. Gleich hinter der Mühle. Na dann los. Amicia, die Wildmühle. Steht fast in Flammen. Lukas, hier entlang. Nein, 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 nein. Es passiert schon wieder. Ah, 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 ah. Kapitel 5 Die Beute der Raben Ich bin hierher yr. Schuss. Lukas? Ja? Was hat er in seinem Blut? Es gibt eine uralte Geschichte. Sie handelt von der Prima Macula. Die Alchemisten sagen, sie sei das erste Übel und dass sie verborgen im Blut mancher Familien lauert. Doch etwas geschah. Das große Erwachen. Und die Makula regte sich. In Ygos Blut. Aber was wird sie mit ihm tun? Für die Makula gibt es weder Gut noch Böse. Sie entwickelt sich mit ihrem Wirt. Und sie verändert Dinge. Die Welt. Weißt du, deine Mutter und Laurentius wollten deinem Bruder helfen. Sie haben versagt. Nein. Ihnen blieb nur nicht genügend Zeit. Wir sind da. Ugo, wach auf. Komm, Ugo. Ab hier laufen wir. Dann wird dir wieder warm. Wenn wir dem Aquädukt folgen, sollten wir vor Sonnenuntergang beim Chateau d'Ombrage sein. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das sind nur die Frösche, Ugo. Frösche! Scheint ihm besser zu gehen. Hoffentlich bleibt das auch so. So, haben wir hier noch was im Boot? Oder ist da noch was? Ach, okay. Stoff 1 von Silvia. Wow. Ist dir nicht kalt? Ja, ein bisschen schon. Ugo scheint es nichts auszumachen. Wenigstens wird ihm so nicht kalt. Ja. Aber er sollte näher bei uns bleiben. Ja, der wird halt ein bisschen laufen, ne? Hops, hops, hops. Ugo! Wo willst du hin? Ugo! 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 Der ist schon wieder weg. Hey, seht mal, ich bin ein Ritter. Ein englischer Schild. Wo hast du den her? Der lag da drüben auf der Erde. Hör zu, Ugo. Leg ihn weg. Das ist nichts für Kinder. Spielverderberin. Los, weiter. Riechst du das? Wie das stinkt. Ja, fürchterlich. Was ist das? Hey, was macht ihr da? Tja, was machen wir hier? Hier ist die Party, genau. Guck mal her. Oh! Sie sind so hübsch. Wie heißen die nochmal? Gladiolen! Ach ja, natürlich. Gefallen sie dir nicht? Ist kein gutes Zeichen. Hugo, das sind Blumen. Mhm. Gladiole, eine in Gärten und auf Feldern häufig anzutreffende Pflanze, von der einige Unterarten giftig sind. Trotzdem fand eine von ihnen in Griech, Gerichten und Heilmittelverwendung, da die Formen ihrer Blätter an den römischen Schwert des Gladius erinnert, stand sie im römischen Reich der Städte und Heklamut. Römischen Reich für Stärke und Heldenmut und von daher die Blume der Helden und Gladiatoren. Klingt doch gar nicht so schlecht. Das ist seltsam. Was ist das? Boah, das stinkt. Es kommt von da drüben. Schön, Schöpfe. Amicia, Lukas, kommt schnell her. Na, Lukas, kommt schnell her. Ja, wir hören uns jetzt runter. gem Bret führt. Es geht zumindest. Merry Alexander. Deutschenеп GOg. Bonus- unseren. Was istiox sehr geehrt. Bis zum nächsten Mal.